Guten Abend, Dresden! Nun zu den Briefen, ich weiß nicht wer es war, aber ich lese ihn einfach mal vor. Sehr geehrter Herr Debritz, seit November 2014 nehme ich regelmäßig an den PEGIDA-Bundgebungen teil. Jetzt, das heißt im Juli 2016, treibt mich die Frage um, wie geht es weiter? Ich glaube, diese Frage bewegt sehr viele Teilnehmer der Montagsdemonstrationen. Ich glaube auch, diese Frage sollte öffentlich gestellt und muss öffentlich beantwortet werden. Klar ist jetzt nach fast zwei Jahren, dass von PEGIDA nicht das Signal zu irgendeinem direkten politischen Umschwung ausgehen wird. Dazu ist dieses politische System immer noch zu stark und zu integrativ. Die eigentliche Kraft von PEGIDA liegt damals wie heute in seiner reinen Existenz. Wir sind der Fall in der Wunde eines kranken Systems, das seine Zukunft längst verspielt hat. Eines Systems, das mit der erscheinbaren Lösung eines Problems stets zwei neue generiert. Aber jede einzelne Demonstration ist der schlagende Beweis dafür, dass das System die totale und uneingeschränkte Kontrolle und Herrschaft über das Land und seine Menschen längst verloren hat. PEGIDA und auch die AfD sowie viele weitere Widerstandsbewegungen offenbaren eine schwelende, nicht schließbare Wunde im System. Und das Wichtigste ist, das wichtigste konstitutive Merkmal des Merkel-Systems ist die Lüge. Frau Merkel kann nur mit Lüge herrschen. Auf die Lüge kann das System bei Strafe seines Übergangs nicht verzichten. Darin besteht aber zugleich auch unsere nie versiegende Kraft. Nur eine Basisbewegung. Die PEGIDA hat die Möglichkeit und die Kraft, dieses Lügensystem Montag für Montag zu demaskieren. Wobei die wirksamste Form der Entlarvung die Ironie ist. Wir sollten das Merkel-System noch viel mehr der Lächerlichkeit preisgeben. Aus all dem ist es wichtig weiterzumachen. Jeden Montag, egal wie sich die Umstände ändern, egal welche neuen Forderungen entstehen. Einfach nur weiter präsent sein. Um so zu zeigen, wir entziehen uns und verweinern uns eurer Gleichschaltung und Uniformierung. Wir sind anders und wir werden Recht behalten. Neue Themen werden kommen und PEGIDA wird sie besetzen. Nichts bleibt bestehen. Epochen, gesellschaftliche Systeme und auch Regierungen gehen stets an sich selbst zugrunde. Kritik und Widerstand begleiten diesen Wundergang. PEGIDA ist diese Kritik und dieser Widerstand. Sehr geehrter Herr Debrinz, ich wünsche Ihnen in all den Mitschneidern weiterhin viel Kraft. Tausende stehen hinter Ihnen. Ein treuer Teilnehmer. Wer auch immer das geschrieben hat, wer auch immer das geschrieben hat, Sie können auch gerne mal eine ganze Rede schreiben. Qualitativ hochwertig. Herzlichen Dank. Und damit übergebe ich an Lutz. Danke an den angenommenen Schreiber. Ich muss mal selber ein kleines bisschen runterdrehen. So. Guten Abend, Tristen. Die Bewehrung hat der Wunder Siggi schon mit euch gemacht. Die kann ich mir also sparen. Also möchte ich zuerst mal für euer Verständnis danken, dass ich vor 14 Tagen nicht hier anwesend war, sondern bei meiner Frau. Ich habe tausende, wirklich tausende Besitz und Begrenze und so weiterbekommen mit Genesungswünschen etc. Und Verständnisbegründung, das ich nicht habe. An der Stelle nochmal an euch vielen, vielen Dank. Und dafür schon bei den Krankheitsfällen jetzt sind, erst mal ganz herzliche Genesungswünsche an Frau Renate Sandfoss. Die liegt im Krankenhaus mit Herzproblemen, lässt sich entschuldigen für heute, wird auf jeden Fall den Termin nachholen, wird wahrscheinlich heute noch verlegt in eine andere Klinik. Also das liegt nicht an uns. Die Renate hat, glaube ich, dazu schon was auf ihrer Facebookseite veröffentlicht, entschuldigt sich. Ich denke mal, wir schaffen das. Aber auf jeden Fall mit einem Riesenapplaus hier aus Dresden an die Renate. Vielen Dank und gute Besserung. Ja, und weil wir gerade bei den besten Wünschen sind, an dieser Stelle gleich nochmal beste Wünsche, und zwar an die mutigen türkischen Menschen, welchen sich dem Diktator Erdogan entgegengestellt haben und versucht haben, dort was zu tun. Wie ihr gehört habt, blieb eigentlich ja die Verbrecher da aus Erdogans Regierung mittlerweile schon damit, die Todesstrafe wieder einzuführen und wahrscheinlich die 3000 verhafteten Richter, Staatsanwälte, Juristen, dann loszuwerden eben so gefährdet. Von den Urteilen sind dann natürlich auch die 2500 Offiziere, Soldaten und tausende andere Anhänger und Befürworter einer demokratischen Türkei, die es momentan unter Erdogan nicht gibt. Das muss man ganz klar sagen. Und um es mal so auszudrücken, unsere Volksverräterbande in Berlin und Brüssel müsste eigentlich umgehend sämtliche, und zwar sämtliche diplomatische Beziehungen nach Istanbul einführen und sämtliche Verträge kündigen mit diesen Leuten dort. Man stellt sich aber jetzt mal den Aufschrei vor, wenn nicht ein Erdogan, sondern Vladimir Putin, ein Putsch, glücklich niedergeschlagen hätte, tausende Menschen verhaftet und die Todesstrafe ins Spiel gebracht. Es wäre Tag und Nacht in den Systemen, Medien, Top-Thema, da es aber eben nicht Putin ist, sondern es gegen das Volk Erdogans geht, und die Armee damit auch keinen Grund hat, irgendwie da einzuschreiten. Deswegen Merkels Bußenfreund da sehr gut beraten und bleibt der Aufschrei der Presse einfach mal aus. Leider, weil dort hätten sie mal richtig was zu tun und sich dort mal zu beschweren, wie es dort zugeht. Aber es geht um Erdogan, um ein Ölgeschäftemacher, der mit der IS Ölgeschäfte macht, und da schweigt Frau Merkel. Wie immer macht sie ihre Raute und sagt da nichts dazu. Sensationell. Im Gegenteil, sie verurteilt noch die Putschisten dort und sagt, jetzt können wir wieder eine Demokratie dort einführen. Also irgendwas hat da endlich wieder falsch verstanden. Sie reagiert überhaupt nicht. Im Gegenteil, wie gesagt, sie kriecht ihren türkischen Freund so weit hinten rein, dass sie schon fast wieder oben rausguckt als Zahnförderung. Aber es ist ihr gutes Recht. Noch ist sie Kanzlerin. Und genauso tief, wie ich sie verachte für die Untaten am deutschen Freund, verurteile ich auch und verabscheue Erdogan für seine Taten am türkischen Freund in letzter Zeit. Leider könnte daran ja im Moment nicht so viel ändern, zumindest bis zu den nächsten Wahlen. Aber da wird diese Verbrecherin gehofft nicht endlich abgeurteilt und der rechten Bestrafung zugeführt. Und da wir gerade bei Wahlen sein sind, kann ich euch gleich das Nächste, und zwar zu unserer Partei erklären. Da wird sie allerst einmal an der Grund, oder die Gründe, warum wir, obwohl es eine AfD gibt, eine Partei gegründet haben. Und zwar geht es da eigentlich hauptsächlich um unseren Eigenschutz. Das werden viele jetzt erstmal nicht verstehen, aber es ist so, dass ein eingetragener Verein wie die GIDA relativ einfach durch Menschen wie Herrn Ulbich oder Herrn Maas oder wer auch immer da oben am Drücker sitzt, zu verbieten ist. Wenn so ein Verein nach Vereinsrecht verboten wird, bedeutet das, dass das Vereinsvermögen eingezogen wird, was in dem Fall nicht so schlimm wäre, aber schlimm ist, dass auch von den Vorständen sämtliche Privatvermögen eingefroren werden. Es kommt ein Verbeugnis, Immobilienverwertung, etc., etc. Das würde bedeuten, dass alle, die jetzt seit 20 oder 21, 22 Monaten hier das Gesicht hinhalten, von einem auf den anderen Tag mittellos wären. Das geht bei einer Partei nicht ganz so einfach, da zieht das Parteiengesetz, und deswegen haben wir gesagt, wir gründen jetzt unsere kleinen Partei. Haben dies getan, auch aufgrund von Informationen aus höheren Positionen verschiedener Ministerien, wie zum Beispiel das der Justiz in Berlin, wo uns eben zu Ohren kam, dass dieses Vereinsverbot wie ein Dammertschirm momentan ganz aktuell über uns schwebt. Und dem sind wir einfach zuvor gekommen. Auch die Systempresse hat ja nur noch geschrieben von angeblichen Brigitte Resten, etc., etc. Und trotzdem droht dieses Verbot. Und deswegen haben wir am, jetzt muss ich nochmal genau nachgucken, am 13. Juni diese Partei gegründet, die den Namen trägt FDDV. Das ist die Freiheitlich Direktdemokratische Volkspartei. Und mit dieser wollen wir keineswegs, das ist ganz wichtig zu sagen, die direkte Konkurrenz zur AfD treten. Im Gegenteil, wir werden diese AfD unterstützen beim nächsten Bundestagswahlkampf und nur in ganz, ganz wenigen Landkreisen oder Wahlbezirken Direktkandidaten stellen. Das ist auch soweit. Wir haben guten Kontakt zu einigen Landesverbänden, habt ihr sicherlich mitbekommen, in ganz Deutschland. Leider ist ja zum Sächsischen etwas Eiszeitfrostig, das Verhältnis, aber es gibt andere Landesverbände der AfD, die verstanden haben, dass es nur gemeinsam geht von uns zwei und nicht anders. Also wie gesagt, am 13. Juni der Zeichnung unseres Gründungsvertrages nach § 2 Absatz 1 Parteiengesetz wurde die FDDV gegründet. Alle weiteren Informationen erscheinen in den nächsten Tagen auf der neuen Webseite fddv.de. Da könnt ihr dann alles nachlesen, über die Vorstände, über die Sachsung, das Programm der Partei, alles was zur Sachsung noch dazugehört, wie das Schiedsgerichtsgeschichten, etc. Steht dann alles dort. Wichtig noch zu sagen ist, dass das nichts mit den Kider zu tun hat. Das werden zwei verschiedene Geschichten sein, weil wir wollen das hier nicht zu einer Partei-Veranstaltung machen oder sonst noch was. Deswegen haben wir bewusst auch einen anderen Namen gewählt. Und die nächste Information, ich werde persönlich in dieser Partei keine Funktion innehaben. Ich bleibe der Lutz von Pegida auf der Straße. Das schon mal ganz vorab. Weil hier fühle ich mich, ganz ehrlich gesagt, auch ein bisschen wohler, als irgendwo dann in so einem Sessel, genauso zu so einem Sesselpuber zu mutieren. Im Gegenteil. Wir werden also, im Endeffekt kann man so sagen, Pegida das Kontrollband dieser Partei werden. Wenn die wissen können, drehen wir den auch genauso in den Arsch. Wie wir es allen anderen nächstes Jahr machen werden, gemeinsam mit der AfD. Und damit bin ich eigentlich informativ für heute, schuldig am Ende. Und darf unseren ersten Gast begrüßen, wohl auch über Erdmann Rutsch bin. Da ist er. Da ist er. Sagt herzlich willkommen mit mir, Toni. Ich werde nach dem Spazier noch ein paar Sachen sagen, das ich mir gerade so noch mal gesagt habe, ohne dass ich das nie vergessen soll. Also, Toni, jetzt geht ein Mikro. Guten Abend, mein Name ist Toni Bleischmann. An den meisten Pegida-Kundgebungen habe ich teilgenommen. Ich habe heute das Bedürfnis, einmal etwas zu einer der Fehlinterpretationen unserer Bewegung zu sagen. Es wird uns immer vorgeworfen, wir würden Ängste schüren. Dem muss ich entgegnen, ja und nein. Nein, wir schüren nicht Ängste der Bürger. Wer zu unseren Grundgebungen kommt und sich an unseren Spaziergängen beteiligt, ist alles andere als ängstlich. Jeder Teilnehmer, jeder Teilnehmer ist vielmehr entschlossen, sich gegen die Alternativlosigkeit unserer Politiker aufzulehnen. Wir sprechen den Menschen Mut zur Entschlossenheit zu. Sie sollen nicht mehr länger unzufrieden in ihren Stufen bocken, sie sollen ihren Unmut und ihren Willen offen bekunden. Dazu ermutigen wir sie. Und ja, es ist durchaus möglich, dass wir Ängste schüren. Das können aber nur Ängste unserer führenden Klasse sein. Sie fürchten, ihre Gründe zu verlieren, ihre Machtpositionen einzubüßen. Wenn die breite Masse der fündigen Bürger ihre Stimme erhebt. Statt sich den Beweggründen des Volkes selbst kritisch zu stellen, kaschieren sie ihre Angst, indem sie die unerfahrenen oder eingelönten Schichten der Bevölkerung aufzuwiegen versuchen, gegen die Mutigen. dazu werden Stattworte benutzt, die bei fehlinformierten Bürgern wie Schalter umlegen wirken. Diese applaudieren dann auch einen Leipziger Oberbürgermeister, der sich nicht schämt, tausende junge Menschen dazu zu verführen, ab den Straßen Steine gegen friedliche Demonstranten zu werfen und sich blutige Schlachten mit der Polizei zu liefern. Ihre Behörden – bei der Kirche – bei der axialárias – bei der Saiyong – bei deriatik – bei der Saul mir widerspringt Mir widerspägt der Begriff Lügenpässe. Ich mag auch Möbeleien gegen einzelne Journalisten nicht. Die haben als Individuen keinen Einfluss darauf, wie ihr Material in den Redaktionen verarbeitet wird. Aber die Medien müssen sich schon die Frage gefallen lassen, weshalb über solche Ausfälle von Gegendemonstranten kaum intensiv und sachbezogen berichtet wird. Ängste der Bürger haben vielleicht eher eine Ursache in der Blauäugigkeit unserer Regierung. Die Politiker in Berlin leugnen hartnäckig jede Gefahr für Deutschland oder bewühlen sich, diese kleinzurede, trotz zunehmender terroristischer Aktivitäten in Europa. Darüber hinaus haben sie 2015 potenzielle Gefahrenträger unkontrolliert ins Land gelassen. Nach wie vor sind sie nicht bereit, entschiedene Gegenmaßnahmen zu erbreiten. Der Irrsinn geht weiter. Den Schleusern im Mittelmeer wird die Arbeit noch erleichtert, indem man selbst den illegalen Weihlertransport der Flüchtlinge nach Europa übernimmt. Drückt sich so der Schutz des eigenen Volkes aus, zu dem sich auch Frau Merkel bei ihrem Amtsantritt verpflichtet hat? Stellen wir doch einmal aus dieser Betrachtungsweise die Frage, wo die Ängste unserer Menschen für sich, ihre Kinder und Enkel herrühren. Kein logisch denkender Bürger kann sich der Antwort entziehen. Auf keinen Fall von Pegida. Wer das Buch Pegida von Professor Gamer Patzelt gelesen hat, kann sich glücklich schätzen, dass es in Deutschland noch hochgebildete Wissenschaftler gibt, die auf dem Boden der Realität stehen. Sie lassen sich nicht von Buchrufe skandieren, den Bickern. Jeder unserer Politiker sollte dieses Buch studieren. Ich betone studieren. Nur lesen ist nicht ausreichend. Es ist die rein wissenschaftliche Arbeit eines ganzen Kollektives darin dokumentiert. Grundkenntnisse der Dialektik wären dabei unweigerlich von Vorteil. Das ist, vereinfacht, die Lehre von dem Gesamtzusammenhängen. Diesen scheint den Mitgliedern der Jusof ASG Halle völlig unbekannt. Zumindest drängt sich der Verdacht auf, wenn man die Ausführungen der Organisation zur Kenntnis nimmt. Sie sind im besagten Buch auf den Seiten 646 und folgenden nachzulesen. Auch den Entscheidern in den Redaktionsstufen ist dieses Studium zu empfehlen. Es hilft ihnen mit Sicherheit bei einer trans-tendenziellen Berichterstattung. Indem wir also die scheinbaren Ängste der Oberen schüren und die Bürger unseres Landes zur Entschlossenheit aufrufen, drücken wir die Hoffnung aus, dass der Erkenntnisprozess unserer Regierung befördert werde, damit wir uns bald einmal wieder recht vertreten fühlen können. Ich bedanke mich für eurer Aufmerksamkeit. Danke erstmal Toni. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Wir haben dann noch unseren lieben Sägi und noch einen lieben Gast hier, wo ich den Namen noch nicht verrate. Also bis gleich, würde ich sagen, wir gehen wieder, soweit ich informiert bin, dann hat sich was geändert. Kurze Frage. Wisst ihr, was hat sich was geändert? Wir gehen vor über die Gleiskommer nach außen auf die St. Petersburger Straße und kommen durch die Prager Straße wieder zurück hierher zum Hauptballhof. Also bis gleich, liebe Freunde. Und die ist vorbei, genau. Oh, Andreas, was machst du denn? Oh, wo filmst du denn? Andrea, warum filmst du denn? Weiß ja auch. Und wir haben noch eine Wallis-Nommer. Was macht ihr so? Was macht ihr denn mit der Wallis? Und das war von einem Schlauch. Das war ein bisschen aber laugend. Ich bin da so. Und da, so war das, was wir auch hier. Warum seid ihr nicht nach oben? Ja, ne, eine Rollis. Hat es immer so. Du schlauchten. Warum seid ihr nicht nach oben. Ich bin doch nicht mit der Aubergang, Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Wo ich mit meiner eigentlichen Rede beginne, möchte ich noch kurz auf zwei Sachen eingehen, die beides mit dem Kalifat Nordrhein-Westfalen zu tun haben. Letzte Woche beschwerte sich ein Essener Sozialdezernent darüber, dass ostdeutsche Bundesländer und Bundesländer aus dem Süden der Republik anerkannte Flüchtlinge nach Essen schicken würden. Ich finde das äußerst rassistisch, denn schließlich bekommt er doch Menschen geschenkt. Potenzialingenieure, Ärzte, was auch immer. Und heute hat Frau Hannelore Kraft von der Scharia-Partei Deutschlands, die Ministerpräsidentin des Kalifats, gesagt, ich bin froh, dass die Grenzen zu sind. Wäre das nicht so eine Dame ohne Hals, hätte ich befürchtet, beim Wenden fällt ihr der Kopf von den Schultern. Aber, Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe die Schnauze gestrichen voll. Ich habe sie voll davon, nach jedem neuen islamischen Terroranschlag geänderte Profilbilder in sozialen Netzwerken oder Hashtags wie Pray for Nice zu sehen. Das Brandenburger Tor hat schon viel zu viele Nationalfarben erlebt. Ich kann auch dieses Feigenblatt der politischen Korrektheit nicht mehr sehen. Und ich habe es sagt, dass sogenannte Terrorismus-Experten wie Lüners von Lucke und Konsorten im Fernsehstudio hocken und in heißen Brei herumreden. Es reicht mir, Aussteigen und Gesinnungsgenossen zu lesen, die nicht schnell genug damit sein können, den Sprengläubigen suchen sollen, in ihrer schwere Kindheit als Auslöser ihrer Taten zu attestieren. Die politische Korrektheit lehnt unser Land. Sie liegt wie Mehltau über ganz Europa. Ich korrigiere über Westeuropa. Die Osteuropäer sprechen eine ganz andere Sprache. Apropos Sprache. Ich werde aus heutigen Zitate einige islamkritische Autoren verwenden. Nichts bei mir selbst, die es nicht einfallen würde, aber diese Autoren haben nun einmal hervorragend formuliert. Warum soll ich es also unformulieren und als meine eigenen Ergüsse verkaufen? Das tun schon genug andere. Das ist nicht mein Stil. Ehre, dem Ehre gebührt. Die von mir sehr geschätzte Vera Lengsfeld formulierte den Wahnsinn aktuell heute folgendermaßen. Ich zitiere. Inzwischen macht auf Twitter ein Tief an der Lara die Runde, die sich entgeistert fragt, warum wir nicht einfach miteinander leben könnten. Sie hat offensichtlich nie zur Kenntnis genommen, dass die Islamisten sagen, ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod. Die Islamisierung hat bei uns erhebliche Fortschritte gemacht, schreibt Vera. Die einzige spürbare Reaktion darauf ist allerdings, dass diejenigen, die es wagen, dies anzusprechen, stigmatisiert werden. Mit den scharfen Waffen des Kampfes gegen Rechts wird alles mundtot zu machen versucht, was auf diese Probleme hinweist. Schon wer Tätergruppen benennt, macht sich nach den engen Kriterien der Antonio-Amaneo-Stiftung dem von Justizminister Maas eingesetzten Internetbesinnungswächter der Hate Speech schuldig und verfällt der politisch korrekten Fremd. Akif Perinci und Thilo Sarrazin wurden bereits erfolgreich zu Aussätzigen gestempelt. Es hat schon viele andere getroffen und es kann jeden treffen. Der Gewollte und Ungewollte, den immer enger werdenden Kodex dessen, was noch erlaubt ist, durchbricht. Zitat Ende. Danke, Vera. Aber wie ihr wisst, ist mir diese Stigmatisierung völlig egal. Werde gesammelte Maas-Stasi, die heißt jetzt Masi, werde Frau Krahane, ihr könnt mich mal. Auch einem Klaus Kelle machte sich am Wochenende folgendermaßen Luft. Selbst der Fokus guckte diesen Artikel seines Blogs ab. Man glaubt es kaum. Er schrieb, nach den Anstrengungen vor einigen Monaten in Paris las ich in einer Zeitungsmeldung, dass es in Brüssel, Zentrum der Europäischen Union, 800 bekannte radikale Islamisten gibt, die potenzielle Gefährder sind. In Paris dürften es mehr sein und in London auch. In Wurmbied und in Berlin gibt es die auch. Sie werden überwacht, rund um die Uhr. Warum eigentlich? Warum haben wir unserer europäischen Gesellschaft nicht den Mut, diese Leute auszuweisen? Wer hier zu uns kommt, wer hier zu uns kommt und unsere Hilfe bekommt und dann Verbrechen begeht, muss raus. Raus, raus, raus. Ich höre schon die ersten Beschwichtiger, die jetzt sagen werden, ja, die müssen raus. Aber Ihre Heimatländer nehmen Sie nicht zurück. Und in Ihren Heimatländern sind auch die Menschenrechte nicht gewahrt. Wissen Sie was? Es ist mir scheißegal. Schafft Sie meinetwegen einen Nordpol oder zahlte Wiesen an Nordkorea, damit Sie diese Leute in ihren gurtigen Urlaubsparadiesen wegschwerden? Ich bin es leid, immer wieder diese Bilder zu sehen. Blut auf dem Straßenpflaster, zerhetzte Körper, zugedeckt mit dunkelblauen Tüchern, ein totes Kind mit einer Puppe neben sich. Zitat Ende. Freunde, unsere innere Sicherheit ist in Teilen Europas einfach dahingegangen. Die reale und die gefühlte, die Menschen haben Angst, sie machen sich Sorgen und das zu Recht. Und ja, dieser Verlust der inneren Sicherheit hat etwas mit der Einwanderung und dem Islam beziehungsweise der Islamisierung zu tun. Wer das negiert, ist blind oder wird dafür bezahlt. Habt ihr es schon mitbekommen? Egal ob der Attentäter mit dem Auto Menschen überfährt, wie in Graz und danach unter Aloua Akbar mit dem Messerabstich, ist er psychisch krank. Wenn er an einer S-Bahn Menschen ersticht, ist er psychisch krank. Alle sind auf einmal psychisch krank. Wenn das so ist, können wir ja die Terrorbekämpfung ruhigen Gewissens dem Krankenkassen überlassen. Ihr habt alle mitbekommen, was derzeit in Frankreich passiert. Erstmals spricht sich dort einer der höheren muslimisch-religiösen Führer, der Vizepräsidenten der Imane Frankreichs. Klartext, wenn er von all seinen Ämtern zurücktritt und sagt, ich zitiere ihn, ich gebe meinen Rücktritt und meine Ablehnung dieser inkompetenten Institutionen bekannt, die nichts von dem sozialen Frieden tun und ständig wiederholen, dass es keinen Extremismus gibt. Wir müssen die Wahrheit sagen. Islam und Islamismus sind nicht mehr zu unterscheiden. Von den Muslimen ist kein wirklicher Einsatz gekommen, eine Lösung für das große Problem der Radikalisierung und des Hasses zu finden. Der Hass ist zum Wesensmerkmal des inner-islamischen Diskurses geworden, besonders in Europa, um auf diese Weise junge Muslime gegen den Westen mobilisieren zu können. Wir haben immer gedacht, dass der Terrorismus im Irak und in Afghanistan als eine Reaktion auf die Politik der Regierung Bush entstanden ist. Der Arabische Frühling hat aber mit aller Deutlichkeit gezeigt, dass das Problem des Islamismus mit der theologischen und rechtlichen Krise des Islams zusammenhängt. Zitat Ende. Ich hoffe, der Mann passt gut auf sich auf, weil nach diesen Zeilen werden sie versuchen, ihm den Hals abzuschneiden. Freunde, damit ist alles gesagt und seine Aussagen werden auch mit Zahlen gestützt. Moslems machen ca. 10% der französischen Bevölkerung aus. Eine Meinungsumfrage aus dem Jahr 2014 ergab, dass der IS in Frankreich eine Zustimmungsrate von 16% hat. Das ist gerade mal 2 Prozentpunkte weniger als der derzeitige französische Staatspräsident. In der demografischen Gruppe der 18- bis 24-Jährigen steigt die Zustimmung auf 27%. Und ich komme nicht so hin, einen Teil seines Textes wirklich zu zitieren. Er stammt von dem Autor David Goldman, auch bekannt unter dem Namen Spengler, übersetzt von Jarin Nikolaus Steinköffel. Er schreibt, ein sehr großer Teil der französischen Muslime unterstützt also die extremste Form des radikalen Islam und bietet damit den Terroristen die Möglichkeit, in einem sympathisierenden Milieu unterzutauchen. Das Problem hat ein solches Ausmaß erreicht, dass eine Lösung nicht mehr ohne drastische Folgen zu haben ist. Im Kalkül des hedonistischen Galliers sind ein oder zwei Massaker pro Jahr einen Bruch des ohnehin auf wackeligen Füßen stehenden sozialen Friedens vorzuziehen. Und daher wird Frankreich gar nichts tun. Diese Fakten machen Terrorismusbekämpfung schwierig, aber nicht unmöglich. Es existieren zwei erfolgreiche Methoden zur Niederschlagung dessen. Der die passive Unterstützung der lokalen Bevölkerung genießt. Die Franzosen in Algerien und die Israelis nach der zweiten in die Fada von 2002. Die erste Methode ist wegen des exzessiven Einsatzes von Folger und massenhafter Vergeltung gegen Zivilisten verrufen. Die zweite hatte wegen der superben Geheimdienstarbeit mit menschlichen und elektronischen Erkenntnisfällen nahtlose Integration von Militär, Polizei und Geheimdiensten erfolgt. Die Selbstmordattentale wurden von 47 mit 238 Toten auf nur einen Anschlag mit drei Toten im Jahr 2007 reduziert. Die Nadel in einem Heuhaufen zu finden, ist nur möglich, wenn der Heuhaufen dir dabei hilft. Die französischen Behörden müssten die eigene muslimische Bevölkerung davon überzeugen, zum Informanten gegen deren radikalisierte Jugend zu werden. Die Häupter der muslimischen Gemeinschaft müssten den französischen Staat mehr fürchten, als die Radikalen in den eigenen Reihen. Und auch das würde eine Vielzahl von Verhaftungen, Deportationen und anderen Zwangsmaßnahmen bedeuten. In diesem Fall würde sich die Lage für erst verschärfen, bevor sie sich verbessert. Zitat Ende. Leider, leider haben wir damit recht. Es würde heftig werden. Und ich höre jetzt schon die ganzen Berufsbetroffenen aufjaulen. Aber eine andere Lösung haben diese Jammerlappen auch nicht. Also sollten sie den Mund halten. Weiter zum Thema Frankreich. Nach dem Anschlag in Nizza hat der französische Innenminister Bernard Pacheneuve am Wochenende alle, und jetzt führt gut zu, alle willigen, patriotischen Bürger zum Reservedienst bei den Sicherheitskräften ausgerufen. Der Appell richtet sich an französische Staatsbürger mit oder ohne militärische Ausbildung und ebenso an ehemalige Soldaten. Ja, das ist Zivilschutz. Und ja, das riecht nach Bürgerkrieg. Ich denke, das Ganze wird in Frankreich eine Art Nationalwarte werden. Die Aktion dieser Art wurde dort schon im Jahr 1789 gegründet. Gibt es aber schon längst nicht mehr. Wir in Deutschland haben sowas gar nicht. Die Heimatschutzbrigade der Bundeswehr Eisenmose dürfen aber meines Wissens nicht zum Heimatschutz eingesetzt werden. Warum tut der französische Innenminister das? Ganz einfach. Die Sicherheitskräfte sind dort, wie auch hier, notorisch unterbesetzt. Sie tun ihr Bestes, aber die Zeiten werden nicht besser und der Nachwuchs bzw. der politische Wille für massive Aufstockungen fehlt. Und dann werden bei uns in Deutschland, wie letzte Woche in Berlin, politische Entscheidungen getroffen, bei denen man sich nur noch einen Kopf fassen kann. Dort wurde nämlich festgelegt, den Polizisten ihre Eigenschaft als sogenannte Dauerwaffenträger abzuerkennen. Das bedeutet, sie dürfen ihre Dienstwaffen nur noch auf dem Weg zum Dienst, beim Dienst oder auf dem Weg vom Dienst nach Hause tragen. Man stelle sich folgendes Szenario vor. Der Beamte hat frei, bummelt durch die Stadt und kommt zu einer Situation, bei dem ein selbstverständlich psychisch kranker mit einem Messer auf Menschen einsticht. Dann erwarte ich von diesen Beamten, dass er sich schleunigst in Dienst versetzt und als sogenannter First Responder die Möglichkeit hat einzugreifen und den Terroristen einfach ausschaltet. Ganz einfach. Ich erwähne den einfachen Grundsatz schon einmal. Erst auf Englisch. The only thing that stops the bad guy in the gun is the good guy in the gun. Übersetzt heißt das, das einzige, was ein Bögenbild an der Waffe stoppen kann, ist ein Guterbild an der Waffe. Wobei Waffe alles sein kann. Messer, Fahrzeuge, Schusswaffen. Ihr wisst, was gemeint ist. Also, wir kamen in der heutigen Zeit auf die Idee kommen, solch einen Beschluss zu fassen, den Beamten eben nicht die Möglichkeit zu geben, auch Außerdienst einzugreifen und vor allem sich selber zu schützen. Es wurde seitens der Suchendrätin dazu aufgerufen, Ungläubigen und deren Familien zu Hause zu besuchen und sie zu töten. Ein Terrorist hat dies gern der EM mit Frankreich wahrgemacht und einen Polizeibeamten und seine Frau in bzw. vor seinem Haus verstochen. Sie tun es also, insofern ist die Berliner Entscheidung fernab jeder Realität. Zumal die Berliner Linke Szene mit ihren, wie sie der CDU-Insenator Henkel nennt, SS- und SA-Methoden auch nicht lohnen ist. Und wo er auch keiner weiß Kugel hätte, die von ihm gehasste Polizei anzugreifen, egal wann, egal wo, ob im Dienst oder privat. Der BDK, der Bund Deutscher Kriminalveramter, will sich auf jeden Fall gegen diese Entscheidung der Aberkennung der Dauerwaffenträger-Eigenschaft wehren. Da kann man nur die Daumen drücken. Wie wir alle wissen, speziell in Berlin, Duisburg, Bremen, Augsburg, Ulm, haben unsere Sicherheitskräfte schon jetzt die Kontrolle über ganze Stadtteile verloren. Werden von Miris, von Al-Saints, den Abu-Shakas dieser Welt nur noch geduldet. Diese Entwicklung gehört umgekehrt. Wir müssen jede Woche, jeden Tag Razzien reinknallen. Zoll, Steuer, Polizei, alles was läuft. Bis die Geschäfte ausgetrocknet sind und die beschädigten Großfamilien genannten Banden mit Stumpf und Stil aus ihrem Milieu herausgerissen worden sind. Aber wir alle auf der Straße merken alles schon im Kleinen. Kein Tag vergehen ohne eine ganze Liste von Meldungen von Auseinandersetzungen zugerannter Personen. Kein Tag ohne Belästigung und Vergewaltigung. Kein Tag ohne Meldungen von eben solchen Vorfällen Kindern und Jugendlichen gegenüber. Kein Tag ohne brutale Überfälle an Passanten. Teilweise wegen Kleinigkeiten wie Zigaretten. Ja, sagen da die Berufsbeschwichtiger. Das gab es früher auch schon. Das machen auch Einheimliche. Bla, bla, bla. Ja, natürlich machen das auch Einheimliche. Aber deswegen müssen wir uns noch nicht noch irgendwelche Idioten importieren. Mit der Schuhveränderungswelle von 100.000 Millionen Illegalen haben wir uns diese Art der Kriminalität selbst reingeholt. Die Schweden stehen schon auf Platz 2 der Länder mit den meisten Vergewaltigungen weltweit. Auf Platz 1 liegt übrigens Südafrika. Aber anstatt von den schwedischen Erfahrungen zu lernen, bekommen die ersten Belästiger und Vergewaltiger knallharte Bewährungsstrafen und ein zagenhaftes Du-Du-Du mit auf den Weg zum nächsten Kratzologenkongress. Und dieser Vergewaltigungs-Dschihad wird noch heftiger werden. Wie gesagt, schaut nach Schwedistan, liebe Verantwortlichen, und lernt daraus. Ein kleines privates Beispiel. Ich traf letzte Woche einen Bekannten, der muss jetzt immer öfter seine Frau von Arbeit in Dresden abholen, weil ein tiefgebräunter, traumatisierter, kürzlich in der S-Bahn seinen Fluchtgrund rausholte und herumzeigte. Mehr ist nicht passiert, aber so etwas prägt und hinterlässt Angst. Und derlei Beispiele gibt es viele. Und ob im Großen oder im Kleinen, es sind nun mal einfach größtenteils junge muslimische Männer, die in ihrem ethisch-religiösen Moralverständnis gar nichts Falsches tun. Sie nehmen sich von den Ungläubigen einfach das, was sie brauchen. Die westliche Zivilisation ist auf allen Kontinenten zu einer Beutegesellschaft geworden. Wie schon so viele andere Zivilisationen in den letzten 1400 Jahren eine Beute für die Religion des Friedens wurden. Ja, ich habe keinerlei Interesse mehr, um in heißen Brei herumzureden. Ja, es hat etwas mit dem Islam zu tun. Und das erkennt zum Glück immer mehr Menschen. Zum Beispiel der Vorsitzende der Jungen Alternative für Deutschland, Markus Ruhnmeier. In einem Interview bezeichnete er ausländische Muslime als kategorisches Sicherheitsrisiko mit den Worten, ich zitiere, Nach Europa kommende Muslime sind spätestens jetzt ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Für die nächsten Jahre darf es deshalb keinen einzigen ausländischen Muslim geben, der nach Europa kommt. Die zunehmende Islamisierung und Terrorisierung des Artenlandes muss beendet werden. Des Weiteren sollen Muslime, die keine EU-Bürger seien, an den EU-Außengrenzen abgewiesen werden. Hut ab, Herr Ruhnmeier. So viel Mut zur Wahrheit hätte ich Ihnen und Ihrer Truppe gar nicht zugetraut. Nebenbei gesagt, Es ist absolut unfassbar und weltfremd, dass Sie solche wahren, wichtigen und richtigen Äußerungen tätigen und sich gleichzeitig von der identitären Bewegung distanzieren. Aber Sie sind noch jung, Sie lernen noch, aber lernen Sie schnell, die Zeit rennt. Kurzer Themenwechsel, Ab in die Türkei. Das Kalifat wächst. Erdogan ist nur noch zu kurz, zu beschreiben mit den Worten, Er ist wieder da. Ihr alle kennt die Berichterstattung. Der kleine Diktator trete zwar ordentlich am Rat, der EU-Beitrittskandidat verhaftet, foltert, es werden Menschen in Lagern verschwinden, zu denen es keine Schlüssel gibt. Wir stehen mit offenem Mund da und unsere Politikerdarsteller unterstützen diese Vorgänge. Es ist einfach nur noch absurd. Aber was mich nervt, ist etwas ganz anderes. Schon während des Putschversuches, ob nun echt und dämlich gemacht oder komplett gespielt, haben in der Nacht zum Samstag Erdogan-Anhänger in zahlreichen deutschen Städten demonstriert. Kleine Randbemerkung, in Ostdeutschland gab es keine Demonstration. Allein im Kalifornien-Nordrhein-Westfalen gegen 15.000 Menschen mitten in der Nacht auf die Straße. Denk mal drüber nach, während der deutsche Michel schläft oder aus Bequemlichkeit und Feigheit einigen wenigen anderen das Demonstrieren überlässt, während er am Internet oder bei Freunden meckert, sind diese Truppen sofort zur Stelle. Keiner von uns hier muss sich diesen Vorwurf zu eigen machen. Aber ich werfe es allen anderen vor, die am Arsch nicht bewegen. Nur nur die blanke und friedliche Masse auf den Straßen wird etwas ändern. Das muss endlich jeder auf dem Sofa begreifen. Es passiert nur dann etwas, wenn du, du und du auch vor Ort dabei bist, verdammt nochmal. Und dann lese ich eine Formulierung, die da lautete, Sicherheitsexperten sehen das Mobilisierungspotenzial des türkischen Staatschefs in Deutschland mit Sorge. Oder um es mit klaren Worten zu sagen, wenn Erdogan will, gehen dank des hier stationierten türkischen Heeres immer ab kürzester Zeit die Lichter in den meisten Großstädten aus. Macht euch das klar, Freunde. Wir haben eine signifikante Masse von Menschen im Land, die loyal an ihren Führer glauben und für ihn sterben würden. In der Türkei wurde Soldaten unter Al-Augabar-Rufen die Kehle durchgeschnitten. Sie wurden gefoltert. Könnt ihr euch vorstellen, was solche Fanatiker mit Ungläubigen wie uns machen, wenn es ihr Führer befiehlt? In einer Endmittlungsfrage erklärten über 32% der Türken in Deutschland, dass für sie das islamische Scharia-Recht über dem kreuzischen Grundgesetz und deutsche Gesetzgebung stehe. Bei vorsichtig geschätzten 5 Millionen Türken im Land sind das einfach mal knapp oder wenig mehr als 1,5 Millionen. Die paar Millionen Illegalen haben nun letztes Jahr von Frau Merkel eingeschleust und wir schon länger hier leben nicht mitgerechnet. Freunde, wir haben eine fremde Armee im Land. Das sollte langsam bei jedem durchsingern. Ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Abschnitt des Autors Thomas Spahn aus einem Artikel zitieren, der auf der Webseite Tishis Einblick veröffentlicht wurde. Ich zitiere. 1400 Jahre ideologisch begründeter Völkermord. Womit wir uns nun der zweiten Komponente dieser türkischen Nationallegende zuwenden. Legt man die von den Vereinten Nationen definierten Kriterien eines Völkermordes zugrunde, so ist der Weg zu den Erkenntnissen nicht weit, dass jenem im siebten nachlässlichen Jahrhundert von Mohammed erdachte Philosophie-Konzept die Grundlage eines nunmehr 1400-jährigen Genozids ist. Beginnen mit jenem jüdischen Stamm der Kuareisa im Jahre 627 erfüllte Eroberungsfeldzug des Islam bis heute die Genozid-Kriterien der Vereinten Nationen von 1948. Alle diese Kriterien hat der Islam immer und immer wieder erfüllt. Und es unterscheidet in seiner Ideologie von den abramitischen Vorgängerphilosophien dadurch, dass sein genozider Ansatz bereits im Koran selbst festgeschrieben wurde. Während der Mosaismus und das Christentum zwar auf ab- und ausgrenzende Identitätskriterien definieren, aber die kollektive Ausgrenzung und Unterdrückung bis hin zur physischen Vernichtung der Ausgegrenzten in ihren Philosophie-Wergen nicht vorgesehen ist. In Klammern, was nichts daran ändert, dass auch im Namen des Christentums Völkermorde beispielsweise einer indigenen Bevölkerung Amerikas zu beklagen sind, nur resultieren diese auf einer klerital-politischen Fehlinterpretation des Glaubenswerkes und nicht auf das Wortgebot desselben. Der Islam vernichtet gezielt nicht-islamische Kulturen und Zivilisationen bis tief hinein nach Afrika und Asien. Wer nicht bereit war, seine ethnisch-kulturelle Identität zugunsten des Islam aufzugeben und damit seine eigene Geschichte zu verleugnen, war ständiger Repression bis hin zur Völkerverlichtung ausgesetzt, wie dieses beispielsweise aktuell wieder bei den Gesiden zu konstatieren ist. Zitat Ende. Es muss endlich was passieren. Ja, das sagen viele. Aber was? Das ist die Grätschenfrage. Was ist moralisch und ethisch vertretbar? Was ist praktisch umsetzbar? Aber eins ist Fakt. Wenn nichts getan wird, wird die freiheitliche europäische Zivilisation untergehen. So wie viele andere Zivilisationen in vielen Ländern vorher, die von der Religion des Friedens in den letzten Jahrhunderten überrannt wurden. Und eins ist auch Fakt. Wenn etwas getan wird, wird es erst noch viel schlimmer werden, bevor es dann besser wird. Widerstandslos wird sich der Teufel Dschihad nicht in seine Höhle im Korrandertal zurückziehen. Das ist sicher. Freunde, immer bleibt es dabei. Wir müssen auf den Straßen bleiben. Und wir müssen wachsen. Wir müssen informieren. Wir müssen die Regierenden zum Handeln zwingen. Ich bleibe dabei. Die Straße ist dafür der einzige Weg. Nie aufgeben. Gesicht zeigen. Präsent sein. Und auch wenn der Spruch verbrannt ist, sage ich, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Danke den Nächsten. Danke so Ihnen für den besten Weg, den ich seit langem gehört habe. Weltklasse. Ich bin Ihnen nochmal verzichtet, weil das war auf den Punkt. Ja, Freunde. Und damit sind wir wieder bei den organisatorischen Sachen. Und zwar sieht es, wie folgt aus, dass wir auch für kommende Woche echt Probleme haben, die Ordner zusammenzubekommen und deswegen gesagt haben, wir machen es wie letztes Jahr. Da haben wir uns ja noch abgewechselt mit anderen Spenden, aber wir werden nächste Woche nochmal aussetzen und dann wieder in den öffentlichen Rhythmus wechseln. Das heißt, kommen, wir kriegen es einfach in den EU oder sonst irgendwas. Es hatten viele die Möglichkeiten, wir hatten Aufrufe laufen, dass wir Ordner suchen, dass wir Sicherheitskräfte suchen und so weiter. Es sind momentan einfach zu viele, die Kinder haben, wenn Urlaub sind, etc. etc. Nehmen Sie es bitte in die Jüge, aber wir tragen hier eine Verantwortung, wenn irgendjemandem was passiert, sind wir dann immer die, die damit schlafen müssen und damit klarkommen müssen. Also bitte habt da Verständnis dafür, dass es einfach so ist. Wir wollen eine sichere, friedliche und ordentliche Veranstaltung hier und das ist mit 15 oder 20 Sicherheitskräften nicht zu gewährleisten, sondern wir brauchen einfach 30, 40, 50 Mann dann immer, die auch eingespielt sind im Team und deswegen machen wir nächste Woche noch mal eine Pause und sehen uns dann sozusagen am 1. August, 2. August, Entschuldigung, am 2. August, 2. August, 18.30 Uhr. Den Urlaub darf ich wieder aus rechtlichen Gründen noch nicht sagen, da der Bescheid noch nie da ist. Also seien Sie bitte nach. Es wird veröffentlicht auf unserer Facebook-Seite, es wird natürlich das Infotelefon gestalten. Das kennt ihr ja alle. unter der Rufnummer 0351-8969-6216 könnt ihr ab Donnerstag wieder erfahren, wo es am 2. August weitergeht. Und damit sind wir für heute soweit am Ende. Wir haben jetzt nur noch die Ramona, die natürlich wieder unsere Hunde intoniert für uns. Hallo Ramona. Hallo Lutz. Guten Abend Dresen. Habt ihr die Lämpchen? Genau. Auch wenn es hell ist. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. singt es glücklich. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes unterwand. Blühe im Glanze dieses Glückes Blühe deutsches Vaterland Blühe im Glanze dieses Glückes Blühe deutsches Vaterland Blühe im Glanze Danke, Pristen. Danke, Ramona. Und Montag ist der 1. August. Ich halte doch recht, ich sollte nicht auf Sie gehören. Wir sehen uns also am 1. August um 18.30 Uhr, wenn du mich nochmal schickst. Im Übrigen haben wir hier am Tisch noch Informationsmaterial von der Amadia-Geschichte und natürlich unsere Flyer, die ihr so freundlich und so lieb sein könntet, die in die Briefkästen in Dresden mitzunehmen. Überall, wo keine Werbung einwerfen steht, bitte nicht einwerfen. Ansonsten bekommen wir ja noch. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche, aber Sieg, noch was zu sagen. Wer hat in 14 Tagen Entschuldigung am 1. August, jetzt bin ich ganz groß und hast du gut gemacht. Vielen Dank, Freunde. Um 14 Tagen wieder hier in Dresden. Noch ein kleiner Hinweis zu mir, jeder kann ein Plakat malen. Jeder hat ein altes Betttuch zu Hause und jeder hat irgendeine Idee, was er da draufschreiben kann und wo er das sichtbar hinhängt. Natürlich nur dort, wo es erlaubt ist. Aber wir kennen die ja alle nicht, die das da hinhängt. Und ihr kennt die sicher auch nicht. Aber macht's einfach. Wir sehen uns in zwei Wochen. Danke, ich erkläre die Veranstaltung für ein Ende. Applaus Geräusche, aber ich kann mir das hören. Schnellen WDR mediagroup GmbH im Auftrag von Funk 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 GmbH im Auftrag von Funk